Ich weiß genau, was jetzt passieren muss. Ich weiß nur nicht leider, was uns das bringt. So. Oh, da können wir auch gleich noch die nächste Aufgabe übernehmen. Wir müssen den Pärchen bringen, das gewiss klauen und schläfern das jetzt erstmal ein. Der LALR-Besetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP-komplett sind, kann der Krongo-Faktor ignoriert werden. Bla, 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 bla. Oh, da muss sogar ich gehen. Puh. So, jetzt klauen wir doch ganz frech die Zähne. Hübsch. Die kriegt jetzt einfach Laverne direkt mal zugespült. Und wir müssen irgendwie immer noch diese blöden Betten verschieben. Wohin damit? Wohin damit? Irgendwie, irgendwie konnte man diese Matratzen tauschen. Das muss man nicht auch, um an diese Maus zu kommen. Ich weiß nämlich noch leider gar nicht mehr, wie das geht. Keine Chance, ich würde getoastet. Rauchzeichen. Oder so ähnlich. Wohin! Okay. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? So, dann gehen wir erstmal wieder rein. Das ist von einem Bett blockiert. Das konnte ich ja nicht wissen. Und dann gehen wir erstmal runter und gucken, was wir da kriegen können. So, das Pferd ist selig am schnarchen. Ah, jetzt können wir die goldene Feder klauen und haben auch schon unser Gold. Nun müssen wir noch irgendwo den Toast auftreiben. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckt da eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Ähm, hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Äh. Äh, wir sehen uns später. Erstmal die anderen alle reinreiten und dann abhauen. Sollen wir das gern. So, dann können wir jetzt auch, ähm, eins der letzten Teile abgeben. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Ja, ungefähr so sieht sie das auch immer aus, wenn ich brauche, ne? Irgendetwas für die Übung gestaltet. Äh, das ist sozusagen am Photoshop, äh, Anno 203. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Hm. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Ups. Wo? Soll das lustig sein? Ich bin sehr beschäftigt. Jetzt müssen wir immer noch diese blöde Maus holen, denn sonst, äh, können wir bei Laverne nicht weiterspielen. Also, falls ich hier nicht weiterkomme, dürft ihr mir gerne, äh, unten in den Kommentaren schreiben, äh, wie ich denn hier weiterkomme. Ich hab nämlich überhaupt keine Ahnung gerade. Vielleicht können wir die Katze einfach anstreichen. Nö, ich mag es, wie es ist. Schade. Echt geil. Sehr spartanisch. Wohin damit? Ah, man muss nur die richtige reinholen. Soll ich das Bett benutzen, sondern eine Matratze? Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Jetzt benutzen wir... Äh, dieses Bett. Klingt auch... Ich glaube, das war ganz fies. Katzen stehen auf sowas. Ja, da haben wir dich einfach mal fies verarscht. So. Jetzt brauchen wir noch den guten Ben. Ah, der ist ja schon wieder draußen. Ich möchte also ihm nochmal sagen, dass ich diesen, äh, Pinguin-Kalender super fabulös finde. Weil Pinguine sind einfach, äh, echt coole Tiere. Ich mein, die haben so einen kleinen Frack an. Und die warten schon so rum. Oder so gibt es diese lustigen GIF-Bilder. Äh, die findet wahrscheinlich außer mir eigentlich gar keiner lustig. Äh, indem sich Pinguine gegenseitig das Bein stellen oder sich schubsen. Ich finde das irrsinnig geil. Äh, ja. Die meisten wahrscheinlich unter euch eher nicht so. Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? So. Sicher, warum nicht? Wir gehen und wir unsere Batterie aufladen. So. Ja, benutzen wir jetzt die schnell mal damit. Und los geht's. Auf, auf und davon. Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoogie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoogie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Hm, vielleicht erklärt das die Sache mit dem Butterbrot am Anfang. Ich hab's noch nicht gegoogelt. Ich hab's noch nicht gegoogelt. Vielleicht sollte ich das, äh, doch mal tun. Äh, bei Zeiten. Nächste Folge oder so. So, jetzt können wir das ja, ähm, eigentlich mal mit unserem Stecker benutzen. Und dann sind wir durch. Perfekt. Sozusagen. Jetzt frage ich mich immer noch, wie ich denn an diese... Ruhe, blöde... Na gut. Wir machen erstmal hier weiter. Da hab ich nämlich total den Plan von. Also, naja. Nur so semi. Das sollte klappen. Hm. Hm. Ja, die Katze ist nicht so begeistert. Da gibt's... Das erinnert mich an das coole Katzenvideo. Es gibt ein Katzenvideo im Internet. Ähm. Da wird der Katze Klebeband aufgeklebt. Und, ähm... Das ist natürlich jetzt nicht so richtig fies doll. Sondern nur so aufgelegt. Und die Katze läuft dann immer in die entsprechende Richtung. Und entspricht, äh... Ja, läuft entsprechend sehr lustig. Finde ich sehr sehenswert. So. Jetzt sind aber mal genug von Katzenvideos im Internet. Die kennt auf YouTube ja eh jeder. Jetzt holen wir die Katze mal vom Dach. Hm. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Lagedier. Immer wieder, ähm... An Silvester denken aus. Noch eine Spezies. Das sieht irgendwie, finde ich, einfach so aus. So. Jetzt können wir die... Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um ein... Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um eine Panik zu verursachen. Wir brauchen doch eine Panik. Hm. Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um eine Panik zu verursachen. Aber der hier ist ja irgendwie weg. Okay. Das sieht nicht so... Oh, ein Stinktier. Wie fürchterlich. Reden wir doch mal mit ihm hier. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es. Aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe. Und ich nehme sie sehr ernst. Ich träge sie immer. Egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen sechs Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Tele bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Ja, Larven- oder Madensalat? Verweste Eichhörnchendärme oder Stücke deines eigenen Körpers? Hm, ich glaube, ich entscheide mich für die Eichhörnchen. Verweste Eichhörnchendärme? Gütiger Himmel! Hm. Du bist ein richtiger Pferdenleser, oder? Kaum. Ich kriege sie alle. Egal wie lange es dauert. Wir sehen uns. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. So, jetzt brauchen wir doch aber erstmal... So.